Manche kennen schon aus meinem letzten und besten Buch, Wie schön könnte das Leben sein, meine Freiheitserklärung. Ich möchte sie jedem ans Herz legen. Erlaube deinen Mitmenschen, dich zu verurteilen. Erlaube deinen Mitmenschen zu denken und zu sprechen über dich, was sie wollen. Und du bist frei. Die Erklärung heißt also, bitte nicht mit dem Megafon am Marktplatz, sondern bei dir im Zuhause, in der Stille. Meine lieben Mitmenschen, ich erlaube euch, über mich zu denken und zu sprechen, was ihr wollt. Und, wichtig, ich zahle es euch nicht mit gleicher Münze heim. Nach dem Motto, geht mir am Arsch vorbei. Das nehmen. Ich zahle es euch nicht, ich denke nicht in der Gegenbewegung genauso über euch. Das ist wichtig. Spür mal rein, wie leicht dir das fällt oder wie schwer dir der Gedanke fällt. Da kommst du sofort an den Punkt, das geht ja nicht sein. Ich kann doch nicht meinem Partner erlauben zu denken, ich sei ein Nichtsnutzer oder so was oder Idiot. oder ich hätte viel Fehler gemacht. Doch, dann bist du frei. Denn wenn es dich anpisst, was er sagt über dich, dann berührt er eine alte Wunde in dir. Wenn ein anderer sagt, was hast du für eine Scheiße gebaut gestern? Was hast du für eine Scheiße gebaut? Scheiße gebaut? Und dann hast du schon länger selber gedacht. Wenn du mit dir im Frieden bist, dann sagst du, interessant, was du erzählst. Erzähl mehr. Komm, setz dich. Jan Industrialka. Es kann auch immer auf einen tireden, wie Prose interdisciplinary- oder wiegeblich Demonikator. retضر! versesithas 시en ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.